Hier liegt eine Spur. Ja. Jetzt fühlt es sich an wie Call of Duty. Oh, hier fliegt was! Moin! Das ist nur mein Schatzi. Ich hab das feste verpasst. Ida, du darfst doch nicht sagen, dass du vergegen bist. Ja, jetzt sind die Atmenvorzüge weg. Jetzt ist er gleich disconnected. Wir könnten es hier noch mal probieren. Wir könnten es hier noch mal probieren. Wir könnten es hier noch mal probieren. Ich muss als Suchhund kurz an den Baum pinkeln. Ich meinte, ich soll Suchhund spielen. Alter. Ähm... Silvester? Ja. Heute drüben. Heute drüben. High Quality soll ja angeblich im Gebirge viel sein. Aber das wäre ein ganz schöner Weg. Er soll ja auch nicht... Er soll ja auch mit der Base weg sein. Er soll ja auch mit der Base weg sein. Nicht, lecker! Das war so nah, aber... Da hinten ist was rausgeflogen. Loot, loot, loot! Was ist das wohl? Metal-Oar. Äh... Metal-Fragments und Steine. Okay. Das sind schön kiltern. Und hier? Metal-Fragments. Überall, du mag... Metall-Fragmente. Hast du die aufheben? Ja, klar. Ich hab das mit dem Aufheben nicht, äh... Was? Ich hab... Du hast... Achso, ja, ja. Hier liegt ne Spur. Ja. Jetzt fühlt es sich an wie Wall of Duty. Oh, hier fliegt was! Aber nur Steine. Und? Nur Steine, oder? Nur Steine, oder? Und Schwefel. Und Schwefel. Und Schwefel. Und Schwefel. Wir können ja mal hier drüben gucken. In diese Richtung hier. Wir können ja mal hier drüben gucken. Wir können ja mal hier drüben gucken. Schwefel, bitte Tobi. Metal-Fragmente. Schwefel. Metal-Oar. Ah, er läuft in die falsche Richtung. Bitte nicht so weit weg von meinem Weg von meinem Zuhause. High-Quality Metal-Oar. Liegt hier. Ja? Ja. Welche Sprengung ist das denn hier? Ich vermute aus dem Maulohshügel vor dir. Hier so. Ein zu den. Ich vermute, das war der erste von der neuen Reihe. Ich hab jetzt keine dabei. Willst du schnell einen aus dem Lager holen? Ne Mine. Ja. Ja, wir haben ganz viele. Ach, er hat doch den gebaut. Hinter dir. Aber da ist doch falsch. Vielleicht ist da auch was rausgekommen. Soll er zwei bauen wir zu ihnen beide ein. Soll ich trotzdem eine holen? So, dann testen wir sie mal. Ja, wir wollen eh mehr da vorne irgendwie haben. Soll ich nicht? Oder? Oder? Ich konnte den Lieglein bauen. Beim Leuchten sieht er aber ganz anders aus. Das ist eine Ausnahme. Ach so. Ach so. Ach so. Da hat er keine Zeit gehabt. Hat er keine Zeit gehabt und deswegen nur so ein kleines Ding dahin gebaut. Da war's. Da war's. Hat er gesagt, dass das beim Leuchten eine Ausnahme war. Weil hier baut er grad irgendwie eine Stadt. Also oder ein riesiges Kreuz hat er jetzt hier hingebaut. Oh, eine Reihe kleiner. Was? Der muss mit klein. Oh, darf ich mitspielen? Eine Reihe kleiner will er bauen. Eine Reihe kleiner will er bauen. 2 3 4 4 Ui. iddurly. Danke. Die letzte Runde, die ganze Runde. Oh, Super Runde. Wer so was besucht hat. Wer so untersucht, so hats re 섰ь allá. Aufsammeln, Aufsammeln, Aufsammeln. Er ist jetzt eigentlich, wenn ich mit dem Pfeil nach oben schieße, kommt er dann direkt wieder runter? Ja? Pfeil... normaler Pfeil, glaube ich. Ach so. Eine Rakete? Eine Rakete müsste wieder runterkommen, glaube ich. Cool. Sieht ja langsamer als ein Pfeil, oder? Äh... Ich bin skeptisch, was wird denn das hier? Racket! Irgendwie hat er sich, glaube ich, verrechnet jetzt. Irgendwie ist das jetzt krumm und schief. Racket doch mal sofort. Er hat gemerkt, dass es schief ist. Frag ihn doch mal was. Er weiß es doch selbst nicht, hat er eben gesagt. Ach so? Ich dachte, ich habe nur mitbekommen, dass er immer groß ist. Oh! Der steht hier hinter und guckt und guckt. Das sieht schön aus. Der Admin hat doch hier irgendwie, was weiß ich, zehn Erdrops angefordert bei mir in der Base. Jetzt habe ich den Schilderrock an. Der Aufsdach ist sowas angesagt. Bitte? He he. Der steht da drauf. Der gilt. Was ist das denn? Ja, genau. Das Fundament schon aus... Armort, ey. Ich hau den gleich. Guck dir das mal an. Puh, puh, puh. Kostet ja nix. Ist er denn hin? Ja. Den baut noch. Ist er da drin? Naja, mehr oder weniger. Ich nack' ja alles Armort. Wurde jetzt echt ne Arena? Oh, ich bin dafür, dass er ne Arena baut, wo wir die ganzen... PvP-Ler-Gegner bekämpfen lassen. Puh, 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 Puh. Puh, Puh, Puh. Puh, Puh. Puh, Puh. Puh, Puh. called di. Puh. Das find ich. Puh. Puh, Puh. Puh, 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 Puh. Ich hab's ja nicht gesagt. Ich glaub, er sucht. Das kann man nicht machen. Die kann man leider nicht herstellen. Obwohl, wer weiß, was der Admin alles so kann. Ja, Admin, du kannst alles, was du mit F3 siehst, glaub ich. Versuch und versuch. Warte. Zwei. Gibt's gar nicht mehr die Minis. Candyman can. Ich weiß es nicht. Ich glaub, er will ein Haus bauen. Sieht mehr nach Maus aus. Sieht mehr nach Maus aus, als habt ein Bruch. Weißt du was? Ja. Was weiß ich denn? Oh nein. Was hat er jetzt gemacht? Was hat er gemacht? Ich glaub, er hat dir einen Stack Steinbrüche gegeben. Okay, du hast keine Steinbrüche. Ich habe Steinbrüche. Ich brauche nur Glück dafür, um anderen helfen zu können. Weil ganz oft danach gefragt wird von den anderen. Und dann könnte ich den einen machen. Und dann könnte ich den einen machen. Wie viel hast du denn jetzt gekriegt? Da kannst du mir ja das geben. Das finde ich so geil. Ach, wie schade. Wie schade. Wie schade. Okay, trotzdem danke. Trotzdem danke. Du kannst jetzt Minen verkaufen gegen Holz. Jetzt mal einer auf Mutter Teresa. Jetzt mal einer auf Mutter Teresa. Jetzt mal einer auf Mutter Teresa. Also ich glaube wir sind auf dem richtigen Server. Stein, Steinbrüche. Das ist die Query. Ich habe daran hart gearbeitet. Eine gegen 20.000 Holzreihe. Das ist so eine Undankbarkeit. Er meinte er hat daran gearbeitet und sie gibt es einfach so her. Oh nein, nein. Das ist... Okay, ich verlange dann einen, ich verlange dann einen, ich habe drei Quality Metal dafür. Oh, soll ich... Soll ich mal hier jetzt einen Schrank hinstellen und die Baugenehmigung an ihm nehmen? Aus weiter. Das wird dann auch eingebaut, auch eingebaut. Dann gehörst du zum Inventar und zum Inventar. Ich merke das. Sehr ineffektives Inventar. Ja, du machst... In... einer Stunde 20 fett, glaube ich, ne? Alter. Was denn? Ich bin nicht fett. Uh. Das bleibt spannend. Ich glaube, ich baue mir Gerüse und guck von oben zu. So machen wir's. Ich bin nicht. hört publicamente. Ich bin jetzt sehr schön. Ich bin nicht. Ich bin nicht auf dem Boden. Ich bin nicht auf dem Boden. Der kann nicht so raus. Es gibt ihn. Und ich bin nicht auf dem Boden. Ich bin nicht auf dem Boden. Ich, ich baue ein Ausgucksturm so dass ich ihm zugucken kann ohne ihm im Weg zu stehen. Guck mal wie hübsch. Der Hügel ist aber nicht so grumms. Ja wo? Ne. Was zum Geier macht der da? Oh nein, jetzt schießt er mir gleich das Ding weg. Nein, 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 nein. Lustiger Kobold. Der Boden unter mir weggeballert. Wenn ich jetzt hier einen Schrank hin baue, kann er da unten dann auch bauen? Das ist ein ziemlich breiter Bereich, zumindest auf dem Fernrohr, aber ich weiß nicht ob es auf Höhen auch. Ich glaube der baut hier gerade ein Lager für das ganze Zeug, ich weiß auch nicht. Alle. Oh. Jetzt schießt das Fundament weg. Ich habe seinen Boden beschädigt neben ihm. Der schöne Turm.